jo leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja heute gibt es mal ein remake zu einem alten video von mir und zwar haben viele von euch das video wahrscheinlich gesehen und zwar handelt es sich um fünf drogen die man auf amazon kaufen kann das video habe ich vor ungefähr sieben monaten hochgeladen und das war auch eines der ersten videos die ich hier auf dem kanal überhaupt hochgeladen habe mittlerweile hat das video über 9000 aufrufe und ist damit das zweitbeliebteste video auf meinem kanal und ja wie gesagt das war eines der ersten videos die ich hochgeladen habe und deswegen ist es aus heutiger sicht doch ziemlich scheiße erstmals die audio qualität komplett für den arsch weil ich viel zu leise bin und außerdem haue ich da auch ein paar aussagen raus die einfach überhaupt nicht klar geht ich hatte mit dem video eigentlich gar keine schlechte intention aber ich hatte halt noch gar nicht so wirklich viel erfahrung mit videos machen und so und deswegen habe ich es halt leider überhaupt nicht geschafft die rüber zu bringen ich wollte mit dem video natürlich niemanden dazu animieren die drogen zu kaufen die ich zeige oder so sondern ich wollte einfach nur aufzeigen dass eigentlich überhaupt kein jugendschutz stattfindet was drogen angeht ich meine immerhin ist es einfacher für minderjährigen sich ziemlich harte drogen auf amazon zu kaufen als eine flasche wodka zu kommen und ja es fag mich halt ziemlich ab was ich in dem video so viele sachen sagt einfach weil jeden tag leute die meinen kanal nicht kennen dieses video sehen und eine total falsche message vermittelt bekommen ich sag's hier jetzt noch mal ganz klar ich möchte mit dem video hier niemanden dazu animieren drogen zu kaufen oder zu konsumieren sondern ich möchte halt einfach die drogenpolitik in deutschland kritisieren und ja dann würde ich sagen kommen wir ohne weitere umschweife einfach mal zur ersten substanz ja als erstes habe ich hier in mescalin kaktus den kann man sich einfach so für unter 10 euro nach hause bestellen und der enthält auch genug wirkstoff um damit ein rausch erzielen zu können mescalin ist ein psychedelikum was man ohne probleme auf eine stufe mit lsd oder pilzen setzen kann im internet gibt es auch relativ wenige infos über mescalin und ich kenne mich ehrlich gesagt auch nicht so gut damit auch aber ich werde auf jeden fall noch mal infos sammeln und dann noch mal ein gesondertes video dazu machen weil es das meiner meinung nach in deutschland noch gar nicht gibt also wenn von euch schon mal irgendjemand erfahrungen mit mescalin gemacht hat dann schreibt es auf jeden fall mal in die kommentare weil das würde mich auf jeden fall echt interessieren ich weiß nur dass mescalin auf jeden fall viel konfuser wirken soll als zum beispiel lsd bei mescalin ist es genau wie bei anderen psychedelika so dass bisher noch niemand dran gestorben ist jedenfalls gibt es keinen direkten todesfall durch mescalin der aufgezeichnet wurde in dem alten video sage ich dass mescalin ungefährlich ist was natürlich schwachsinn ist so weil keine droge ist komplett ungefährlich ich meinte damit eigentlich nur dass es körperlich ungefährlich ist einfach weil man wenn man keine unfassbar hohe dosis nimmt nicht an einer überdosis sterben kann damals habe ich das halt nur gesagt weil ich zu dem zeitpunkt halt noch keine negativen erfahrungen psychedelika gemacht habe und ich dachte halt dass es einfach komplett ungefährlich weil man halt nicht überdosieren kann heute ständig mich ein bisschen dafür dass ich sowas damals gesagt habe und ja unter anderem deshalb dieses video also es ist natürlich nicht ungefährlich psychedelika können wenn sie falsch genutzt werden psychisch sehr viele dinge mit einem anstellen andererseits kann man natürlich aber auch eine total positive erfahrung haben die sich auch total positiv auf das leben von einem auswirkt psychedelika sind halt immer so ein zweischneidiges schwert also wenn man weiß was man tut dann kann einem das wirklich weiterhelfen und dann hat das medizinisch auch sehr großes potenzial wenn man allerdings nicht weiß was man tut dann ist das wirklich gefährlich und man kann auch ernsthafte psychische schäden davon tragen deshalb frage ich mich wieso sind andere substanzen wie lsd verboten und mescalin kann man einfach ohne jegliche aufklärung im internet bestellen ja als zweites habe ich hier lachgaskapseln das sind einfach so kleine metallkapseln die muss man dann nur noch in luftballons füllen und inhalieren und dann kriegt man so 30 bis 60 sekunden raus in dem alten video habe ich auch gesagt dass es ziemlich ungefährlich ist ich muss aber sagen dass es bei lachgaskapseln sogar fast stimmt natürlich ist es immer noch eine droge und keine droge ist ungefährlich aber solange man es nicht komplett übertreibt ist man eigentlich auf der sicheren seite ich habe selber nur einmal lachgas genommen und das sogar auf einem ziemlich hoch dosierten dxm trip ich habe auch ein video dazu gemacht ich verlinke das jetzt mal hier falls euch das interessiert und ja lachgas macht die ersten paar male spaß aber ist im endeffekt eigentlich eine erfahrung die man sich sparen kann eigentlich wird man davon nur ziemlich matschig im kopf für eine minute und man hat halt eine ähnliche sicht als wenn man gerade besoffen oder so also im endeffekt will ich eigentlich nur sagen man kann das ausprobieren wenn man unbedingt will aber ich sehe da jetzt keinen grund das unbedingt öfter zu machen ach ja und openmind hat ein ziemlich witziges video gemacht wo bekannte youtuber lachgas ausprobieren das werde ich euch mal in der beschreibung verlinken falls ihr da interesse dran habt als drittes habe ich hier engelstrompeten und ich finde es wirklich ziemlich unfassbar dass die dinge einfach so frei verkäuflich sind engelstrompeten gehören zur gattung der nachtschattengewächse genauso wie zum beispiel tollkirschen und eigentlich sind das nur ganz unauffällige blumen aber sie enthalten halt ein gift mit dem man sich berauschen kann und ja die dinge sind wirklich ziemlich unberechenbar und ich rate euch auch dringend davon ab das auszuprobieren weil die gefahr an den dingern ist halt dass man absolut nicht einschätzen kann wie viel wirkstoff sie eigentlich enthalten engelstrompeten lösen echte halluzinationen aus und mit echte halluzinationen meine ich halt einfach dass es halluzinationen sind die man kein bisschen mehr von der realität unterscheiden kann die meisten anderen halluzinogene wie zum beispiel lsd lösen pseudo halluzinationen aus also halluzinationen wo man dinge sieht aber man weiß eigentlich trotzdem noch also es ist ein bewusst dass die sachen eigentlich nicht wirklich da sind das ist bei engelstrompeten aber nicht so also da sollen die halluzinationen sehr schleichen kommen und es soll auch sehr schwer sein die dann noch von der realität unterscheiden zu können außerdem kann die wirkung einfach bis zu drei tage anhalten gebt euch das mal drei fucking tage ich habe echt keinen plan wie man sich sowas freiwillig antun kann als ich so 14 oder 15 war habe ich im internet gelesen dass man von engelstrompeten trippen kann und habe dann bemerkt dass meine nachbarn einige von den dingern im garten stehen haben ich habe das ganze dann aus purer dummheit mit ein paar kollegen ausprobiert und ich hatte echt glück weil ich davon nichts gemerkt habe ein kumpel von mir hat man richtig krassen horrortrip geschoben davon kann ich euch aber leider nichts erzählen weil er da leider nicht mehr bei mir war aber heute können wir eigentlich froh sein dass es nur das war so weil wir hätten auch eine blüte erwischen können in der viel mehr wirkstoff drin gewesen wäre und dann hätten wir einfach mal so aus purer dummheit einer überdose sterben können bei engelstrompeten muss ich aber sagen dass es eigentlich nicht unlogisch ist dass die dinger legal sind einfach weil es ja eigentlich nur eine pflanze ist die wie viele andere pflanzen auch halt ein gift enthält und ich glaube dass niemand damit rechnet dass irgendjemand die dinger freiwillig frisst weil er halt einfach lebensmüde ist lasst die finger von nacht schatten gewächsen als nächstes habe ich hier dxm beziehungsweise ratio form husten stiller dxm beziehungsweise dextrometer fahren ist ein dissoziativer was komplett frei verkäuflich ist wie ich eben schon erwähnt habe habe ich auch schon ein paar erfahrungen mit dxm gemacht also wenn euch das thema wirklich interessiert dann guckt euch mein video dazu an ich habe mittlerweile absolut gar kein interesse mehr an der substanz was nicht nur daran liegt dass ich dagegen allergisch bin ich glaube ich habe so vier oder fünf mal dxm genommen und ich hatte bei keinem mal davon in irgendeiner weise einen angenehmen rausch der dxm raus wird halt so in plateaus unterteilt und es geht vom plateau 1 bis 4 und das beschreibt halt die intensität des trips wenn man wenig nimmt also so fünf bis zehn kapseln dann kommt man je nach gewicht wahrscheinlich aufs erste plateau und die meisten leute beschreiben das so als hätte man gekifft und gleichzeitig gesoffen und das kann ich eigentlich auch bestätigen viele leute finden das total angenehm aber für mich hatte das irgendwie immer einen sehr kalten unterton und außerdem habe ich mich halt auch überall gekratzt und so weil ich halt allergisch dagegen bin aber auch vom rausch her fand ich das ganze irgendwie nie so wirklich angenehm das problem an dxm ist halt dass man es einfach so in der apotheke kaufen kann oder wie hier halt auch bei amazon und das war halt eigentlich auch der einzige grund dass ich das ausprobiert habe dass es einfach sehr günstig ist und dass man sehr einfach daran kommt das ist eigentlich auch bei allen leuten so die ich kenne die das ausprobiert haben das sind meistens einfach nur jugendliche die keinen plan haben was hier daneben und denen das auch komplett scheiß egal ist dxm ist auf jeden fall nicht ungefährlich und ich finde es ziemlich unverantwortlich dass es einfach so für jeden frei verkäuflich ist so und nach den erfahrungen die ich damit gesammelt habe würde ich euch auf jeden fall vom konsum abraten als letztes habe ich hier eine substanz die man mittlerweile nicht mehr auf amazon findet und zwar handelt es sich um eine kräutermischung die sich flash nennt ich habe hier ein screenshot auf dem man sieht dass das ganze mal bei amazon verkauft wurde und ich würde sagen das ist auf jeden fall das sagen wir mal schlimmste hier auf der liste in dem ersten video was ich hier auf dem kanal hochgeladen habe erzähle ich auch von einem richtig schlimmen horrortrip den ich mal auf so einer kräutermischung hatte diese mischung kann man halt nicht nur bei amazon kaufen sondern auch auf vielen anderen seiten weil sie halt genau wie die anderen sachen hier im video komplett legal sind und ich halte das für ein riesen problem weil die halt echt komplett unberechenbar sind kräutermischungen sind substanzen die halt versuchen den effekt von illegalen drogen nachzuahmen die leute die diese mischung herstellen nehmen halt einfach eine illegale substanz zb gras oder so und ändern halt ein molekül von der formel ab wodurch es dann halt wieder legal ist dadurch ist es aber auch so dass die droge halt noch nie an menschen getestet wurde und dadurch kann man halt überhaupt nicht abwägen was für ein effekt man eigentlich davon bekommen es kann sein dass der effekt genauso wie bei gras ist es kann aber auch sein dass es 100 mal stärker wirkt und deswegen unvorstellbar krasse horrortrips auslöst jeden tag kommen neue kräutermischungen raus und jeder kann sich ja einfach ziemlich günstig und legal besorgen das ist eine sache die ich halt wirklich nicht verstehe ich meine wie kann das sein dass gras illegal ist aber der scheiß nicht das ganze ist ein ziemlich komplexes thema auf das ich auch noch in einzelnen videos eingehen will ich würde euch aber auf jeden fall dazu raten kräutermischungen so gut wie ihr könnt zu meiden weil ihr halt nie wisst was ihr da eigentlich gerade wirklich konsumiert und ja das waren eigentlich schon alle substanzen für dieses video ich hoffe ich habe es geschafft dieses mal meine intention ein bisschen besser rüber zu bringen und ich hoffe euch hat es gefallen ich weiß natürlich dass ich euch nicht davon abhalten kann drogen zu nehmen und das ist auch gar nicht mein ziel aber wenn ihr es macht dann versucht euch vorher so gut wie möglich zu informieren einfach um die risiken so klein wie möglich zu halten und ja das war eigentlich alles was ich sagen wollte ich würde sagen ich beende das video jetzt mal hier an der stelle wenn es euch gefallen hat lasst die bewertung da wir sehen uns morgen oder spätestens übermorgen wieder bis dann leute und haut rein